Hallo, heute wieder ein kleines Video zum Thema Malerei. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Acrylfarben benutzt, sonst bin ich ein Verfechter der Ölfarbe. Ich habe mir einen Satz Farben gekauft, für 12 Euro einen billigen. Und muss sagen, ich bin angenehm überrascht von der Acrylfarbe, besonders für kleinere Gemälde. Sie trocknet unwahrscheinlich schnell, man kann Fehler schnell korrigieren. Und die Pinsel sind Wasser auszuwaschen und zu verdünnen, also keine Geruchsbelästigung. Ich zeige euch jetzt meinen Farbensatz und danach das fertige Bild. Ciao. Das sind also die Farben. Komplettes Farbenspektrum für 12 Euro. Da kann man mit Sicherheit 10-15 Bilder damit machen, 40x60. Und das ist jetzt das fertige Bild. Ein Bild mit Flugzeugen. Aviation Art, sozusagen, im Englischen. Eine Szenerie, die von mir zusammengestellt worden ist. Recht klare und brillante Farben sind das, muss ich sagen. Gut, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.